Citizen Science versucht Bürger und Wissenschaftler zum gemeinsamen Arbeiten, an gemeinsamen Problemen und Herausforderungen zu bringen. Manchmal ist es der Wissenschaftler, der eine Frage hat. Zum Beispiel, wie verändern sich Schmetterlingspopulationen durch Klimawandel? Da braucht man viele Augen, viele Ohren, viele Hände, um daran zu arbeiten. Dafür können Wissenschaftler mit Bürgern zusammenarbeiten. Dann gibt es aber auch Möglichkeiten, wo der Bürger Interessen hat und sagt, könnt ihr als Wissenschaftler uns helfen. Und dieses Zusammenspiel zwischen Bürger und Wissenschaftler, das muss gefördert werden. Das muss in einer Wissenschaftsgesellschaft im Vordergrund stehen. Was bedeutet es für Wissenschaftler, mit Bürgern zusammenzuarbeiten? Meistens bedeutet es unheimlich viel Anregung, unheimlich viel Spaß, neue Erkenntnisse, neue Netzwerke und ganz viel Zusammenmachen. Für die Bürger bedeutet es ganz viel Zusammenmachen, ganz viel Spaß. Etwas lernen, sich selber weiterzubilden, aber eben halt auch sich selbstbewusst zu werden, dass Wissenschaft nicht etwas ist für Männer in weißen Kitteln, sondern dass wir alle daran teilhaben können. Ich glaube, dass wir als Menschen alle als Wissenschaftler geboren sind. Wir sind neugierig, wir beobachten, wir sind interessiert. Das sind Grundvoraussetzungen, um Wissenschaftler zu sein. Und deswegen glaube ich, dass alle Bürger bei Wissenschaft mitmachen können. Meine Vision für Citizen Science sind zwei Dinge. Das eine ist, dass natürlich ganz, ganz viele Leute mitmachen. Das andere ist aber auch, dass die Universitäten, die Wissenschaftseinrichtungen begreifen, welches Potenzial für sie in Bürgerwissenschaften herrscht. Und dass jede Wissenschaftsorganisation, jede Universität in zehn Jahren einen Citizen Science-Beauftragten, eines Citizen Science-Beauftragten hat, die mit Bürgern gemeinsam forschen. Die Plattform Bürger schaffen Wissen ist ein ganz wichtiges Instrument, heute in dem Zeitalter, wo das Smartphone und das Internet die Welt beherrschen, Interessierte aus verschiedenen Orten zusammenzubringen. Das heißt, wenn ein Bürger irgendwo in Thüringen etwas machen möchte, aber der Wissenschaftler dafür in Stralsund sitzt, dann kann das heute alles miteinander verknüpft werden. Genauso kann der Wissenschaftler, der in Frankfurt arbeitet, sich mit den Bürgern aus Eichstätt verbünden, um was zusammenzumachen. Dafür eine Plattform zu schaffen, um diese Verbindungen herzustellen, von gemeinsamen Interessen, sich gemeinsame Problemen und Herausforderungen zu stellen, das ist eine ganz tolle Sache. Das ist eine ganz tolle Sache.